Nein, da lobe ich in die falsche Taste. Ich war fast durch. Nochmal. Komm, diesmal. Zu früh. Natürlich. Ah. Ich scheine den Rückmuss verloren zu haben Ich scheine den Rückmuss Ja, Mann. Das Publikum wird dir deine Mühe entsanken. Das ist bezweiflich. Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit. Warte mal, wenn das in ihrer Fantasie ist, ne? Und dieser... Wo ist der Fisch hin? Natürlich, der Fisch verschwindet einfach so. Und wenn der Fisch in ihrer Fantasie ist... Die Frage ist, warum ist er da? Nein, es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Findet. Nein, aber wieso? Ah. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Ähm... Ja. So was nennt man, ähm... Fälligkeit-Level over 3000. So. Bevor ich nochmal runterfalle. Das ist ja fast so wie Happy Wheels. Wisst ihr was? Achso, nein, das ist ein Rosenleben, ne? Das ist, ähm... Wow. Sollte ich mitnehmen. Juhu! Juhu! Wow! Oh! Aua Oh scheiße Oh scheiße Aua Will sowas von verlieren Ok Ja ich hab Rosenfarbe gewonnen Ich kann die Rosen weiter anmachen Wie schön Super Und dann haben wir das hier auch geschafft Wir können weiter laufen die Was sollten wir suchen Komm Dich machen wir mal so platt Weg 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 Komm Oh Der war zu spät Weg 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 Ja, Hysterie. Und das an. Hallo? Oh, scheiße. Aua. Das war's. Wieso komme ich nicht gegen die an? Ja, ich möchte natürlich fortfahren. Wieso bin ich von der Scheiße? Es ist selber nicht. So. Komm. Gib mir. Und dann. Uah. Nein. So. Hin. Hin. Scheiße. んです. Ah. Deutschen, Min. So. Yun. Na, schießt mich ab. Ah, falsche Taste. Eine Auster. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. Ah, ha. Seit wann schlafen Austern? Okay. Es geht weiter. Ja. Wollt ja auch schon, also wenn das in der Fantasie ist, dann schläft sie wie eine Auster. Kann man das so interpretieren? Oh, scheiße. Bitte nicht. Nein. Ach, nein, Manu. Pff, verdammt du Meter. So. So. Soll ich jetzt da dran vorbei? Muss ich da drunter her? Okay, das könnte sein. Nein. So. 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 Oh.